Wer ist der Boss? Wer, wer ist der Boss? Du! Nene, 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 nene. Alles in Ordnung, Junge? Na klar. Nene, 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 nene. Diese drei Typen haben nichts gemeinsam. Ich bin nicht meine Schwanzlinge von dem Plattenverkauf entfällt. Und du weißt, was das bei mir bedeutet? Ich soll am Montag diese Firma hier übernehmen. Ich schulde niemandem irgendwas. Außer einer Sache. Sie drei sind Brüder. Halbbrüder. Sehen wir sowas wie ein Regierungs-Experiment? Fehlt da nicht noch ein Chinesen und ein Eskimo? Es geht um viel Geld. Nach der Aussage, ihre Mutter handelt es sich um 120.000 Euro. Sie hat das gesamte Erbe für ihre Söhne versteckt. Ja, Alter, wir müssen es finden. Es sind 40.000 Kracher. Each. Fack deine Sandalette morgen früh abfahren. Ich hab ne geile Karre besorgt. Deine Brüder sind da, Bitch! Komm raus, du Hure! Du verkaufst nach oben mal Stoff. Wir machen das auch ganz schnell, wie die Deutschen beim Sex. Rein, raus, ha, 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 und tschüss. Ich hab jederzeit alles unter Kontrolle, immer. Verpflichtung! Haben die Bullen durchgesehen? Ich hab dicke Backen gemacht und die Stimme verstellt. Was? Nicht schießen! Bitte nicht schießen! Alter, wir sind am Marsch. Wir sind drei Halbbrüder, gleiche Mama, unterschiedliche Papas. Deine Mom steht auf Abwechslung. Hoffnung. Ich hab mir enorm einen runtergeholt auf deine Mutter. Unsere Mutter. Wir sind die zwei Witzbolle. Meine Brüder. Ein Bimbo und ein Kanacke? Sehr lange geschissen. Meine Brüder, meine Brüder, Mama war eine Schlampe. Moin! Sucht ihr ein Gästezimmer oder wollt ihr den Kiffing Bowl Kopfschmuck kaufen? Also ich wollte fragen, ob Sie mein Vater sind.